So ihr lieben Knäckbrote, da sind wir wieder. Diesmal irgendwie Let's Rage, aber mit neuen Leuten oder mehr Leuten oder wie auch immer. Und ein neues Konzept dahinter. Der Spieler, der die meisten Kills gemacht hat, von allen anderen so gesamtmäßig gesehen, darf aussuchen, was wir als nächstes zocken. Und ich würde sagen, dann fangen wir direkt mal an. Und du könntest ruhig mal erwähnen, wer sich das ausgedacht hat. Ja, ihr habt euch das auch am Saufen. Egal, hat keiner gehört, also alles super. Was wollte ich gerade machen? Fech, Kevin. Ich würde sagen, da halt ich einfach mal die schnelleren Reflexe, wa? Null? Das heißt nur noch, Likandra und ich leben, oder wat? What the fuck? Du hast die scheiß Waffen... Achso, scheiße, nee, jeder... Respawned. Hey, du hast Drule-Skorpion, wenn du stirbst, darf ich die haben. Hey, der Acker hat die. Ich hab die nicht. Also, eine Frage, wie viel Muni hast du noch in dein Drule-Skorpion? Nicht mehr so viel. Schwöre! Wenn du beim nächsten Mal stirbst, kannst du dann nochmal kurz sterben. Und dann mich... What the fuck, alter? Ja, wenn du gerade mal nochmal stirbst, ne? Dann könntest du ja eigentlich nochmal sterben, oder? Kevin hat die Mienen gedickt. What the fuck? Immels! Was ist da los? Mach mal mehr Kills! What the fuck? Mach ich doch so! Mach mal mehr Kills doch für unser Leben und so! Eins zu zwei! Das geht bei mir gerade ab, Alter. Ich kann heute gar nichts. Ja, das macht gar nichts. Ich auch nicht. Weeeeee! Alter, ich krieg auch gar nichts hin. Bei mir ruckerts auch ein bisschen. Ich glaub, das liegt an der Aufnahme oder so. Weil gerade eben ging noch alles voll fit. Weia, 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 weia! Der Enis. Das ist eine ganz schlechte Idee, die Kanzler. Gott! Ich schwöre! Ich schwöre, ich bin übelzassi und so! Schalalalalalalala! Ich habe ganz viel Spaß! Wer schießt denn auf mich? Und von wo vor allem? What the fuck? Von wo? Wo standst du denn bitte? Auf dem Kran. Ne, jetzt nicht mehr. Wo standst du denn da bitte? Auf dem Kran drauf! Wie, du stehst auf dem Kran drauf? What the fuck? Auf dem Kran kommst du nur von meiner Position? Nein, kommt mir nicht. Doch. Oben auf dem Kran kommst du nur? Kommst du nur so? Ja, der hat sogar noch gesagt, ist eine schlechte Idee. Und man hat es ja gerade voll gesehen, wie schlecht die war. Äh, ist echt so. Weil oben auf dem Kran kommst du eigentlich nur über unsere Seite. Ich war auch bei euch. Du warst bei uns? Ja, ich war bei euch. Was tust du da? Da ist einfach vorbei gelaufen. Was tust du da? Bei uns? Ey, was fällt dir ein? Ich muss mehr Kills machen. Ich muss mir was aussuchen wollen dürfen. Ja, Freiton. Warum? Was tust du? Keine Ahnung. Ey, das Problem ist, das Problem ist, das Problem ist, ähm, AK kann einfach bei mir auf dem Bildschirm gucken, weil wir beide nebeneinander sitzen und zocken. Er kann auch bei mir auf dem Bildschirm gucken. Ja, nein, dafür bin ich viel zu beschäftigt mit meinem Bildschirm. Das ist das Problem. AK, wenn du es irgendwann still, freitod machst, kannst du bitte die Dualscopien in die Hand nehmen. Ja, wenn er auch, vor allen Dingen, wenn er runterfliegt, ist es gerne. Das ist einfach sehr gerne. Echt mal, nimm mal die Dualscopien dann in die Hand. Ja, ehrlich mal, wenn du ins Meer fliegst, Alter. Ich bin ja nicht geworfen. Alter, ich weiß doch nicht mal, wo ihr seid, ey. Ich hab dich aber gerade gesehen. Seriously? Das heißt, du bist irgendwo hinter mir, das ist geil. Nicht mehr, du dürftest weg sein. Das sagst du so. Ich jigger da immer noch rum. Aber die Frage ist natürlich, ne, treff ich noch, treff ich nicht mehr, Gott ehne, es rennt hier auch rum. Alter, die Map ist definitiv zu groß für uns. Was ist das? Was ist das? Ja, du mit deinen scheiß Dualscorpions, wa? Ja, nice! Weißt du, von beiden Seiten, ey, von beiden Seiten, die dreckigen Jungs, ey. Wir haben es halt einfach drauf, ne? Ne, Alter. Ihr geht einfach von beiden Seiten, aber wir können uns ja auch nicht absprechen, also Enes und ich können uns nicht absprechen. Warum geht es einfach in einen anderen TS-Channel? Was? Nein, wir gehen nicht in einen anderen Channel, weil dann ist euers nicht mit drauf. Stimmt. Ja, siehst du mal, das hat schon so'n Grund. Hat er gerade auf mich geschossen? Ja, das könnte sein, dass das Enes war. Warum willst du unbedingt Eurig spielen? Alter, Eurig ist voll für'n Arsch. Vor allem ist die Map viel zu groß für so wenige Spieler. Ja, Vertigo wär' geil gewesen. Boah! Vertigo ist wirklich geil. Ich hab' aber auch nicht mehr so'n Gehen, also. Wie viel Muni hast du in der Dualscorp, Jan? Boah, fuck, Alter, ich dachte, wer's denn geht, er hat mal direkt auf du her geswitcht, ey. Er hat dich gefragt, wie viel du noch... Äh, was hab' ich? 24, weißt du, oder was? Oh, da hat jemand bei uns auf'n Darm. Ja. Ja, fuck, Alter, weil ich von da oben runter gejumpt bin, hatte ich einfach nur noch übelst wenig Leben, das heißt, ein Schuss hat gereicht. Okay, war sowieso heller. Ja, scheiße, wenn man sich selber umbringt, wa? Alter, ich bin eine Stufe runtergegangen. Und ich hatte 24 Leben. Alter! Ja, dat ist schade, würd' ich sagen, wa? Prinzipiell. Traste dich, Kevin. Wir gehen nicht mehr auf unseren Kran. Martin, soll ich dir was sagen? Leute, merkt mich, wenn ich mit Gott Enes spielt. Ich hör's immer noch Ames. Ja, ich weiß, wir haben zu wenig. Ja, ich weiß, dass Enes Minen liegt. Das ist mir schon länger bekannt. Der legt auch diese ganz fiesen Tretminen, die normalerweise nur Hunde legen, auf Feldern und so. Legt der auch. Weil er so ein pöser, pöser Pup ist. Hast du dir grad seriously meine Waffe geholt? Bist du völlig retarded? Fuck you! Du hast dir allen Ernstes meine Waffe geholt? Was ist denn? Ja, du hast dir die... Äh... Blablabla. Echt? Du hast dir nicht meine geholt? Nein, ich hab die getauft. What? Alter. Also an deiner Stelle, an deiner Stelle hätt ich dir ja meine geholt, ne? Bitte? What the fuck? Wer hat denn da geschossen? Der, Duel. Nein! Nein! Der kam beide und einer von euch hatte noch Spawnschutz. Ich glaub, das war Arka. Nein, ich war's. Echt? Nein, Arka hat mich gekillt. Der, der mich gekillt hatte, hatte noch Spawnschutz. Das steht fest. Der Kameratur-Skorpion. Ich hab die sich ähnelst. Meine Güte, kannst ja auch gar nicht. Ich hab die Mils geschnappt. Sorry. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Ich hoffe, dass sie gegen eine richtig... Also gegen eine passende Waffe getauscht und nicht gegen eine voll idiotische Waffe oder so. Mach das nicht. Ich kann nicht mehr schießen, Alter. Alter, du durstest... Ziggy, mega der Hack rein. Was? Ziggy, Junge, hab ich mega den geilen Hack drin, oder was? Nein, Spaß, ich hab natürlich kein Hack drin. Ich hab den Headshot verpasst. Ich hab den Headshot verpasst. Ich hab den Headshot mit euch jeder gefallen. Nice, Alter. Aus'n Run raus. Aus'n Run raus. N' Head-Header gegeben, ey. Wo ist er jetzt? Der böse böse Pup. Wo ist er denn nun, der böse böse Bub? Hä, bin ich jetzt völlig retarded? Ja, bist du. Wo ist denn die Kamera? Ines, sag mal wat. Wo sind die beiden? Was denn? Was denn ich? Ja, kill die doch mal, Mensch. Ich hab 4 zu 6. Ja. Du hast nur 13 zu 9. Ja, ich weiß. Ja, furchtbar, oder? Ey, wir spielen übrigens bis 100 Kills. Das war auch nicht so ganz klug, das so einzustellen. Na, also diese... Schlauweiß-Wand. Warum hast du Kevin nicht nachgefragt? LOL, du stehst bei mir einfach mal mitten in der Wand drin. Ich bin auf der Treppe gewesen, einmal durchgelaufen. So, und nächste Waffe nehmen. Die Dual Scorpion haben fast keine Mühle mehr. Ja, läuft, Alter. Hauptsache, du holst dir meine 416 CQB. Warum nicht? Und Ines auch, ey. Jetzt haben alle meine geilen Waffen, oder was? Ja, ich nicht mehr. Ich hatte aber noch die Dual Scorpion. Ja, ich habe noch die Dual Scorpion gemacht. Oh, ey. Okay, das war noch gut. Ich kriege eine Leitende, Alter. Ey, das war aus irgendeinem geilen Pack, Alter. Ich kriege dich nicht getroffen, ne? Ohne Witz. Alter, ich weiß nicht wieso, aber bei mir ist es... Seitdem ich aufnehme, Alter, ist es bei mir übelst am Längen. Seriously. Was ist da los? Was ist da los mit den Schweine-Kotelets? Da sitzt der. Unten im Gang. Wo er jetzt auch mal ist, weiß ich nicht. Eben ist er noch da reingelaufen. Aber jetzt habe ich keine Ahnung. Oh, Alter, es war so. Nein, das wird auf den Geschatten. Das wird jetzt ein Dock in den Jagen. Warum schnappst du dir auf den... What? Alter, Jagen. Wo denn da? Er ist tot. Der hat sich umgebracht. Äh, der. Sorry. Sorry. Nicht die, sondern der. Hauptsache ist auch schon der. Die hat sich umgebracht. Ey, Schöre. Schöre, mieseste Umbringerei hier. Was machst du da, Enis? Rede mit mir. Torke, wenn du jemanden umbringst. Torke, wenn du jemanden umbringst. Au. Kannst du nicht mal sterben, Alter? Oh, leider. Ja, Siggi, ey. Weißt du? Ja, nice. Mal hin, dann habe ich so meine Mini-Mission geschafft. Aber ich hatte die Minen. Ich bin deswegen schon so häufig gestorben, ne? Ja, die Minen sind doch einfach nur arschig. Ja, ich mach sie eigentlich nur zum Rollen. Weil ich weiß, dass jeder Minen hat. Ja, das stimmt sogar. What the fuck, Alter? Die Dual Scorpion ist einfach so mega krass OP, Alter. Ich hab 5 zu 11. Fuck you. Aber die Goldene AK ist gar nicht OP. Die Goldene AK ist weniger OP als die Dual Scorpions. Trotzdem ist meine KD einfach mega miese, weil meine KD immer angefreckt wird. Kriegst hier keine Dual Scorpion, Kevin. Fuck you. Fuck you. Ein Schuss in den Arm, oder was? Hab ich so gehört? Meine Waffe ist einfach mega OP, wa? War auch da gesagt, meine Waffe. Meine Waffe ist mega OP. Ja, die verzieht nicht, wenn ich ranzoome, Alter. Die ist mega geil. Ey, ich hab dich gemessert worden. Ach, das warst du. Hab gedacht, ey. Das warst du unten, Ey. Ich hasse dich, Kevin. Wo auch immer du bist, ich krieg dich. Ich mach hinter dir. Mega geil, ey. Ich hab doch jetzt. Kann auch einfach sein, dass du einen T-D-Kill hattest. Fuck. Das war der doch von hinten, Alter, was für ein... Ja, ja. Von der Seite. Ich kann auch kurz auf, K9, äh, das Bier holen. Nein, 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 nach der Runde. Nach der Runde. Alter, das dauert doch noch von ewig. Bis dann ewig. Nicht mehr. Ja, das ist mir egal. Es wird erst nach der Runde Bier geholt, ey. Äh, wir wissen, ich weiß nicht, wir wissen... Ja, ich weiß. Ich bin krass miese. Wusstest du das nicht? Hier wird niemand... MEIN! Ich wollte wieder Messer. Hatt sich ruhig mal bedanken. Ja, es heißt nach hinten, ich bin hier richtig... Er frettet mal an ihn, dann bedankt er sich... ALTER! ... und hat er getötet. Alter, was fällt dir ein, dass du meinen Kill klaust? Mit meiner geilen Waffe! Was ist das denn? Nein, ich weiß nicht. LOL! Warum rennen die alle da lang? Ja, weil die es werden wollen. Ich weiß nicht. Das war dein Fehler, ey. Ich hab dich von Anfang an gesehen. Da oben. Ja, und ich hab dich einfach nur noch verfolgt. Mit dem Visier. Vorsicht, da steht auf jeden Fall einer. Fuck. Wenn du um die Ecke gehst, steht Torben direkt rechts. Standard zumindest. Boah, Alter, voll die Panik am Schieben, ey. Locker, ist der hochgegangen? Ähm, ich bin krass. Hey, wo ist der hin? Der stand da nämlich gerade noch. Und einen 101 würde ich jetzt nicht mehr überleben, glaube ich. Ich hasse ihn. Fertig, der ist schon alles gar nicht. Das ist ja auch. Macht nichts aus, Alter. What the fuck, Alter. Das war nie. Alter, voll die Panik am Schieben. So, scheiße, scheiße, scheiße. Hä, wo hat der sich hinverkrochen, Alter? Ich schwör's dir. Nein. Der steht bei uns in der Base. Und ich hab mich gekillt bekommen, weil es bei mir schon wieder leckt, ey. Das ist aber fast getroffen, wer malt. Alter, ich würd sagen, der steht auf jeden Fall auch irgendwo hier in der Gegend rum, ey. Hab ich so gehört. Locker ist ja nur kurz rausgegangen oder so. Nice. Meine KD ist 0 zu 5, Alter. Meine ist einfach 10 zu 13, fuck you. Und deine ist 12 zu 24. Und du hast da 0 zu 25. Äh, 0 zu 25 KD. Ja, steht da zu zweit. Ey, der stand da gar nicht. Ich stand viel weiter hinten. Trotzdem wart ihr dann zu zweit, ihr vollidioten. Niemals. Nein. Das ist eine, das ist eine Lüge. Das ist eine dreiste Lüge. Und Likandra kam von oben. Echt, hättest du mal, hättest du bloß stehen geblieben. Ich hätt dich getötet. Nö. Der ist ja voll scheiße. Ich hab ein bisschen gefressen, der war weg. Oh, fuck you. Ich hab ne L96A1 Arctic Wolf. Ah, Alter. Ja, was ist denn da? Verarschen. Alter, das hat klar nix mit verarschen zu tun. Das hat mit damit zu tun, dass wir gewinnen wollen. Fuck. Likandra ist oben. Geh hoch. Enes, hoch. Schnell. Würde ich mal sagen. Wie du eben. Steht oben. Ja, aber du hast keine geile Arctic Wolf. Also kannst du mich mal. Hä? What the fuck, Alter? Warum stirbst du nicht, wenn ich auf dich schieße? Deshalb. Weil ich kann. Weil Kevin tötet mich. Ich hab genauso auf dich geschossen, wie Kevin auf dich geschossen hat. Weil ich bin da direkt respawned. Riespawned bin ich da. Ja. Dann würde ich mal sagen. Mami, ich will aber nicht sterben. Ja, krasse Sache, würde ich sagen, ne? Bist du dich eigentlich getroffen? Nö. Nö. Fuck! Stand der da oben, Alter. Ein dreckiger Ratzler bist du. Ein dreckiger Ratzler. Ich störe dir, du dreckiger Ratzler. Ey, wollen wir das von der fünften Let's Rage-Folge jetzt wiederholen auf einmal mit dem Wort, oder was? Wat, Ratzler? Ja. Habe ich das in der fünften so häufig gesagt? Ja, hast du. Nein. Nein, das glaube ich nicht. Doch, zweimal hast du es mindestens gesagt. Locker nicht. Fuck you, stirb doch, wenn ich auf dich schieße. Guck nach der Aufnahme nach, Ames. Nein, dies geübt, das ist mir jetzt gerade zu kompliziert, während ich hier zocke. Du Ratzler, du. Nach der Aufnahme nicht jetzt. Du wirst es jetzt sogar noch häufiger sagen, als in der fünften Folge. Ja, logisch. Achtung, Kevin, Messer. Ich liebe Messer. Ja, guck mal, so was kann ich gar nicht. Acht auf deinen Rücken, Acker. Acht auf deinen Rücken. Ey, wer schießt? Kevin Messer hat, das weiß ich. Ey, die Kamera ist da irgendwo. Ey, ey. Verreckt doch, wenn ich auf dich schieße. Meine Fresse. Mehr als dich töten kann ich ja nun mal nicht. Nein, nachladen. Ey, ich hätte dich nachladen müssen. Nice. Ja, der kommt von hinten. Loll, hier ist folgendwattende Waffe. Fick dich, Torben. Fick dich, du Frutsch. Alter, die Waffe ist einfach geil, ey. Kannst du nicht sagen. Enes. Alter, kannst du mal kurz sterben, bitte. Sterb mal kurz. Ich bräuchte eine Dual Scorpion haben. Ey, Enes. Weißt du eigentlich, wo unsere geilen Ratzler Kinder sind? Ich würde sagen, die beiden Ratzler Kinder sind gerade durch den Double-Kill gestorben. Das sage ich, ich habe einfach nicht aufgepasst. Ja, das würde ich auch mal sagen, ey. Aber ein ganz dickes... Oh, scheiße, ich habe nicht aufgepasst. Locker kommt jetzt die Gandra von oben rum. Oder auch nicht. Irgendeiner geht gleich oben rum, ey. Ich sehe es kommen. Und wir sind auch nur am... Du siehst es kommen? Also hast du mich gerade kommen sehen? Ja, ich habe dich gerade echt gesehen. Was? Ich habe noch einen HP. Ey, Enes! Nicht mein Kind-Clone! Ich tue dich nicht. Mein Kind. Ich habe dich doch mit einem HP getötet. Fuck you, ich habe vorläufig auf dich eingedroschen, bis du gestorben bist. Ich habe Kevin mit einem HP getötet. Alter, du musst viel mehr als ein HP gehabt haben, weil ich habe über auf dich eingedroschen. Wie so ein Blöder habe ich auf dich... Wie so ein Blöder habe ich auf dich eingedroschen. Seriously. Puffts. Das stört mich gar nicht, weißt du das? Fuck! Ja, ich habe über das. Hauptsache, man hört einfach nur noch meinen Fuck im Hintergrund. Du weißt schon, dass ich Spawn-Schutz hatte. Und ich immer noch 100 HP habe. Fuck! Ich habe zumindest immerhin noch einigermaßen positive KD. Aber ich glaube, das sieht stark danach aus, dass Gott Enes sich die nächste Runde aussuchen darf. Okay. Ich bin da vor... Ja, du weißt... Na, hi! Nein, ich wollte das Heepack haben. Ich stehe immer vor dem Heepack. Ich kann mich bewegen! Ich kann mich bewegen! Ich kann mich machen! Ja, ich kann von hinten! Ich kann mich nicht drehen! Ich kann mich nicht drehen! Wer soll gerade so drehen! Alter, Alter, Alter! Kennt ihr das, wenn ihr einfach von hinten kommt und euch das voll gut tut? Nein! Hahaha! Wie erlebst du jeden Tag, Ames? Alter, ich erlebe das jeden Tag, dass ich hinten rein kann, und ich kann mich nicht mehr. Komme, und das einfach voll gut tut. Und das ist mega awesome! Fuck you! Ich dachte, das wäre so eine scheiß pimmelige Nate! Und nicht so eine fette! Ich hab die pimmeligen Nades! Hey, wir hatten... Achso! Du hast dir die extra fetten gekauft? Alter! Extra, extra fette Nades! Fuck! Alter! Alter! Wer extra fette Nades schmeißt, Alter, der muss richtig dicke Eier haben, oder? Ja! Meine Eier sind angeschwollen! Ja, ich schwöre, Alter! So, mindestens 50 Meter, wa? Ne, das wäre unter 10! Im Radius, meine ich! Achso, ja, Radius wird hinkommen! Ey, Kevin! Ey, wie ich immer alle Menzel aus! Ein vierter Messerkill vielleicht! Mehr als vierter! Ich glaub's nur mein neunter oder so! Nee! Du hast viele Rats nicht gemacht! Weiß ich! Watch your shot! F***! 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 Weiß du, auch noch uns beide weggeratzelt, weißte? Wie so, wie so ein dreckiger Ratzler! Ein dreckiger Ratzler bist du! Ich weiß, das Rage folgt, das ist Rage folgt, das ist Rage folgt, das ist nur ein bisschen anders. Ich weiß nicht, in deinen Worten her. Oh f*** ey, meine Eltern denken auch ich bin voll behindert, oder? Ja! Ich schwöre es dir. Boah, sie ist wieder zu zweit, Alter! Willst du ihr erheben? Niemals! Wir würden hier niemals zwei drum stehen. Du doch sonst auch. Lol. Ja, beide. Was? Beide? Ja, der eine wollte wieder von hinten ankommen. Nice. Nein, wollte ich nicht. Ich wollte auf dem Kran. Ja, eh nicht. Oh, fuck das. Oh, scheiße. Ey, die Kamera ist bei uns in der Base. Wenn ich krieg's einfach nicht hin. Und da haut der einfach. Als ob ich mich von der Duriscope enttöten lasse. Au. Alter, ich brauch ne geile Position. Wer hat denn da grad auf mich geschossen? Enes, warst du das? Nein, das weiß ich nicht. Der da so grad mega Ratzler mäßig auf mich geschossen hat. Ja, ne, ist klar, weißt du, ich rotz'n ganzes Magazin in dich rein, ja? Und du verreckst nicht. Alter, ich bin nicht bereit, mehr als ein Magazin Munition in dich rein zu ratzeln. Ist einfach so. Oh, der Heim ist für uns oben. Oh, der Heim ist für uns oben. Oder wir. rid Oder wir auch nach oben. Wir haben uns am Besuch. Ich kann das nicht wieder nachholfen. Und dann kann man auch nachholfen. Sniper im Gepäck noch Alter mega der Sniper du Elva irgendwie schon Fuck ich muss nachladen Moment Ich hab jetzt auch noch auf mich geschossen Ey du darfst doch nicht unterhalten Das verstehst du ein Sniper-Duell nicht Und den anderen Ziel Elms bleibt mal da wir machen jetzt weiter Okay Weh du schleicht dich von hinten an alter dann töte ich dich Helst mir für dich Zeit lassen können doch mal zu zielen Du hattest Zeit mindestens eine Sekunde Machen wir jetzt weiter oder nicht? Machen wir jetzt weiter oder nicht? Dästi